Welche Art Fußball wollen Sie spielen lassen? Wofür steht Ihr Fußball? Mein Jahre zuるlaughs bin, ich bin in die Caftikные wo 7, wenn es 20 Jahre alt Madrid gibt und swagen. Ich koziende Bayern München und die Qualitätsame haben. Mein eigenstirscher ist, dass ich realised, in kein Weise gegen den Mann, sind diestars amließlich agressivisten. Ich wünsche mir die Mannschaftische portrayed, Ich möchte das Team representieren, die meinen Charakter machen würden. Er ist absolut brav, wenn sie den Ball haben, wenn sie eine Entscheidung machen. Er ist absolut aggressiv, wenn sie immer in jedem Minute des Spiels tragen. Ist das die Art, wo du glaubst, werden sie dich auch so bei Bayern kennenlernen oder denkst du, bei Bayern ist diese harte Ansprache bei den ganzen Stars vielleicht doch eine andere? Nein, ich denke, das Hauptsache ist, dass ich auf diesem Level die meisten meiner Karriere lebte. Ich bin in diese Dressing-Rooms für die meisten meiner Karriere. So, ich denke, dass alles, was du sagst, was du sagst, was du sagst, was du sagst, immer adaptest zu den Menschen, die du sagst, immer. Es gibt einige Dinge, wo du eine Kultur protectest. Du hast du Arbeit, ich denke, es muss ein gemeinsames Verständnis für alle. Ich denke, du würdest mich nicht sagen, dass ich, hey, gut, wenn sie nicht hart arbeiten können. Keine Chance. So, in that sense, on the basics, I think we all agree how we want to approach a season, how we want to approach our jobs. And those are the moments where I think I'm allowed sometimes to say what everybody thinks. But in the main, you always adapt to the people and the cultures and the individuals that you have in the dressing room, and I've known this at every level of football. So, thank you. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020